Warum ich die erneute Zusammenarbeit von Swatch nun mit Blancpain kritisch sehe und was ich an den Uhren eventuell, ich habe sie natürlich noch nicht in der Hand gehabt, auszusetzen habe, obwohl sie mir optisch eigentlich ganz gut gefallen, das erfahrt ihr auf jeden Fall jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn ihr möchtet, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr solche interessanten Videos nicht. Und morgen kann ich euch schon ankündigen, kommt ein Video von Nadine, die genau die Gegenseite einnehmen wird. So habt ihr beide Seiten, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr Interesse an der neuen Swatch habt. Ja, was als wirklich spannende Kooperation begann und für mich auch ein Meister-Coup war, war die Kooperation von Swatch und Omega. Dementsprechend entstand ja die Moon Swatch und wer die Videos dazu von mir gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, der kann sie sich gerne jetzt anschauen. Und ich habe das ja wirklich als geschicktes Marketingkonzept von Swatch und Omega gesehen und sehe es auch heute noch so. Aber, und jetzt kommt das Aber, warum ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so euphorisch bei der Blanc-Pin bin, das liegt ganz einfach an verschiedenen Punkten, die ich euch jetzt mal nennen werde. Stellen wir erstmal das Positive heraus. Also ich finde, die Uhren sind gelungen. Sie sind schön bunt, das passt sicherlich auch zur Swatch-Group. Das ist ja typisch, dass man solche bunten Uhren macht. Sie haben mit ihren Schnecken auf der Rückseite, die jeweils auch nochmal unterschiedlich dargestellt sind. Auch nochmal weitere Möglichkeiten, jede Uhr zu individualisieren, sodass es eher ein Sammelobjekt wird. Genauso dann, dass man, wie man jetzt vorher mit den Himmelskörpern gearbeitet hat, hat man jetzt mit dem Ozean gearbeitet. Das ist an sich alles ein stimmiges, wenn auch gleich natürlich dann sehr eins zu eins vom Erfolgsrezept kopiertes oder kopierte Ideen ist. Des Weiteren finde ich hier endlich sehr gut, dass man, und das hätte man bei der Moon Swatch eigentlich auch so machen müssen, das Automatikwerk von Swatch einsetzt. Das System 51. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe ja mal vor Jahren ein solches Werk oder auch eine solche Uhr dementsprechend unter die Lupe genommen. Und das Interessante daran ist, dieses Werk wird ja komplett maschinell von Robotern so gesehen gefertigt. Es ist nicht mehr öffenbar. Es ist nicht mehr öffnungsfähig. Sprich, wenn da mal was dran ist, Werk weg. Und dann ist die Frage, kann man das überhaupt austauschen? Weil das ist ja, denke ich mal, ein geschlossenes System. Kann man da eigentlich das Zifferblatt tauschen und das Werk tauschen, wenn man seine 50 Fashions Swatch-Uhr da behalten möchte? Das weiß ich nicht. Ja, aber das finde ich an sich trotzdem positiv. Es ist ein Automatikwerk drin. Das gehört auch in eine Uhr rein. Die Kritik am Anfang, dass Omega sich den Markennamen und das Prestige kaputt macht, weil man jetzt mit Swatch zusammenarbeitet, das habe ich damals nicht geteilt. Ich habe eher gedacht, dass sie sich beide beflügeln. Jetzt sehe ich es etwas kritischer. Und zwar aufgrund der Haptik und der Optik, wenn man dann die Uhren in den Händen hält. Und ich transportiere jetzt einfach mal diese Kritik auch auf die 50 Fashions. Denn das Gehäuse, alles ist ja ebenfalls aus dem Kunststoff. Nennen wir es beim Namen, es ist ein Kunststoff. Der hat bei Omega, bei der Mood Swatch, abgefärbt am Anfang. Also ihr hattet farbige, wenn ihr geschwitzt habt, habt ihr farbige Rückstände an den Händen gehabt. Das färbt sehr wohl auf die Marke auch Omega ab, finde ich. Weil wenn man den Namen hergibt, auch für eine günstige Uhrenmarke, auch wenn sie aus dem gleichen Konzern ist, dann darf sowas gar nicht passieren. Also ich finde, da leidet der Markenname definitiv. Ich weiß nicht, ob das bis heute geregelt wurde. Ich gehe mal stark davon aus, wäre schlecht, wenn nicht. Gleichzeitig auch, wenn ihr die Uhren mal in der Hand habt, natürlich, wenn ihr das Original kennt, ja, es ist eine Swatch, aber sie ist einfach von der Haptik und vom Qualitätsgefühl her, also wirklich billig. Das wirkt echt billig. Das Glas wirkt billig, das Gehäuse wirkt billig. Es ist eine Plastikuhr. Und das ist so die Kritik tatsächlich, die ich dann habe, dass man im Internet, wenn ihr euch die Bilder anguckt, dann denkt ihr, boah, geile Uhren, schöne Optik, das sieht alles super aus. Aber dann habt ihr dieses Erlebnis, oh, das ist die jetzt. Dann packt ihr die natürlich in diesen günstigen Verpackungen aus und dann habt ihr diese Uhr am Arm, die wiegt nichts, die wirkt nach Plastik. Das macht das Image schon ein bisschen kaputt, meiner Meinung nach, weil eben die Aufmachung, das Marketing, diese Präsenz, die die jetzt darauf lenken, irgendwo, zumindest in mir, ein Gefühl für eine höhere Qualität auslöst, die sich dann aber vielleicht, und das, wie gesagt, ich weiß nicht, aber ich kann es mir jetzt nicht anders vorstellen, ich habe es halt noch nicht in der Hand gehabt, sich in der Uhr nicht widerspiegeln. Und das, glaube ich, könnte auch Blamper nicht so zuträglich sein. Und ich frage mich, warum macht man dann nicht, ich meine, Swatch bringt ja auch Irony-Modelle raus, sprich, sie können ja auch Metallgehäuse machen. Warum machen sie nicht Metallgehäuse? Ich glaube, da liegt die Angst, dass Leute hingehen könnten und sagen könnten, boah, guck mal hier, mit Metallgehäuse, das ist ja total nah am Original. Da ist jetzt ein Swatchwerk drin, das kostet mich jetzt, keine Ahnung, 500 Euro. Also da frage ich mich aber, warum die Blamper so teuer ist. Ist durchaus eine Überlegung. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie es nicht machen, damit es keine kritischen Fragen gibt. Dann sagen wir mal ehrlich, wenn das vernünftig gemacht ist und so weiter, lasse ich jetzt mal so offen stehen. Ihr könnt euch gerne mal Gedanken machen und mir in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Und als letzter Punkt ist, ich mag es nicht, wenn Sachen gemolten werden bis zum Abwinken. Weil, was folgt als nächstes? Swatch Breguet, Swatch Hamilton, was auch immer was. Wobei das, glaube ich, nur mit den großen Marken ziehen dürfte. Dann ist halt irgendwann das Gefühl da, okay, jetzt möchte man die Kuh aber auch wirklich bis zur letzten Zitze mit. Und das finde ich so ein bisschen, ja, aus wirtschaftlichen Besichtspunkten sicherlich nicht verkehrt. Aber das ist mir dann too much. Dann gibt es jetzt von jeder Swatch-Luxusmarke demnächst das Pendant, äh, von jeder Swatch-Luxusmarke, von jeder Swatch-Group-Luxusmarke gibt es dann demnächst ein Pendant in günstigem Angelenk. Das ist dann tatsächlich diesen Marken nicht zuträglich, meiner Meinung nach. Und ich glaube, hätte man diesen kleinen Moonswatch-Sache für sich gehalten, davon hat man jetzt, glaube ich, ich habe gelesen, über drei Millionen Uhren schon verkauft. Das ist ein Kuh gewesen. Und das, finde ich, läuft. Jetzt das Ganze so zu erweitern, wahrscheinlich wird das genauso erfolgreich sein. Dann haben sie alles richtig gemacht, ja. Nur ich als Uhren-Fan und als Verfechter und leidenschaftlicher Liebhaber von Zeitmessern finde das an der Stelle dann so ein bisschen, dann hat es so ein Geschmäckle. So, 390 Euro Kostfigur. Wer das Ganze natürlich gerne ausprobieren möchte, der kann das selbstverständlich tun. Ihr seht, wie gesagt, morgen genau die Gegenseite, wo die Nadine euch erklären wird, warum sie das eigentlich genau alles richtig findet. Und da könnt ihr ja dann reinschauen und für euch dann am Ende sagen, ja, hat sie vielleicht auch einen Punkt oder zwei Punkte oder drei Punkte, da gehe ich eher mit. Wie gesagt, ist meine Meinung. Ich sehe es diesmal kritisch. Ich finde es schade, dass es jetzt ausgeschlachtet wird. Und ich wünsche mir, damit es so ein bisschen mehr von dem rüberkommt, was sie so glamourös online darstellen, müsste die Uhr am Handgelenk und in der Hand haptisch qualitativ besser wirken. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Schreibt es mir in die Kommentare, gebt ein Daumen hoch fürs Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Review, was auch immer. Ciao, ciao.